Sie hießen Hänsel und Gretel. Mit den Jahren wurden die Kinder immer größer, aber auch immer fauler. Hänsel saß den ganzen Tag vor dem Fernseher und spielte mit seiner Playstation. Gretel blätterte den lieben langen Tag in Modekatalogen. Ihr Vater hatte die Nase voll und schickte sie eines Tages in den Wald. Denn frische Luft hat noch keinem geschadet. Er rief den beiden noch hinterher. Ihr braucht euch erst wieder sehen lassen, wir will nicht bloß auffeuern sein, ihr Pfeifen! Sie hatten alles mit, was man zum Überleben im Wald brauchte. Die Playstation, ein Modekatalog und eine halbe Tüte Erdnusschips. Kaum waren sie fünf Minuten im Wald, machte sich Gretel auch schon fast ins Höschen. Hänsel, ich hab Angst, mir ist kalt und ich hab Hunger. Ach, was? Sticke die halbe Tüte Erdnusschips in deinen riesengroßen Mund. Warum sind denn bei mir nie mehr überall fliegen? Weil du riechst wie ein Hund. Sticke die halbe Tüte Erdnusschips in deinen riesengroßen Mund. Sticke die halbe Tüte Erdnusschips in deinen riesengroßen Mund. Oh, Hänsel, es wird ja immer dunkler. Quatsch, da hinten wird schon wieder hell. Sieht aus wie ne Schonung. Ach ja! Und am Ende der Schule steht ein Haus am See. Und kannst du schon erinnern, dass hier ein Geist steht. Als Gastruf zum Epsen voraus, komm nichts hin, lass uns was essen gehen. Ja, essen gehen. Essen gehen. Was steht hier? Geschlossen. Wir haben jetzt ein Modell. Oh, lecker! Das bestell ich dann. Du, Klingel, ich hab einen Druck auf den Zahn. Ich geh mein Gott in den Wald. Oh, was hast du? Gebt keine Miet? Dann schau ich jetzt nicht mal, du kennst, ob niemand da ist. Hallo, sind Sie die Chefin? Sag mal, sag mal, nennen du gut. Also zum Mitteln, wenn du. Jetzt hören Sie wieder weg. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, wo alles liegen kann. Sie hat wohl liebe Kunde und es geht nicht, kann nichts an. Ach, sie hat sie glüßen mir. Ich glaube, es ist mein Helles. Helles, wer zum Patrick Helles? Das ist ein dicker Hund, man nennt das Ostrandale. Ich stehe draußen und ich sitz im Lokal. Öffnen Sie sofort, aber bitte. Oh, wer Helles? Knusper, Knusper, Knäuschen, der Knopf hat eine Knaupe. Ich bin's, bitte. Warum machst du so viel Lärm? Was mach ich Lärm? Ich hab nur geklaut. Wo ist der Hänsel, Will? Er sitzt dort hinter Bäumen. Was? Wo? Und wie du wieder aussiehst. Du bleibst in der Hand. So kommst du mir mit rein. Du hast mir nichts zu sagen. Ich bin mir die Witzung. Ich glaub, die ist auch oben. Wo wäre sie das bloß so süß? Oh, nee, Schönenhexe. Ich bin mein Bruder, der Juhalverkehr. Die habe ich immer schreckt. Schau, meinst du knackigst, wie es gut tut. Ich hab gerade zu wechseln. Aber ich hab mich auch nicht mehr gehalten. Ich war eine schöne Arbeit, Frau Schöld. Mein Mann wird mich vor Leidenradio. Ich war die Schärfste im Wald. Ich hab die Kürtis im Feuer. Ich hab die Kürtis im Feuer. Ich hab die Kürtis im Feuer. Selbst in der Uhr, im Herdentur. Da hat ich sie schon. In der Uhr, die meine Frau, seine Kürtis im Feuer. Und alles entspricht. Meine Chefin, die Türke, die Schöne. Ich hab die Kürtis im Feuer. Ich hab die Kürtis im Feuer. Na Gott, du alter Kürtis im Feuer. Was willst du denn hier? Ich bringe dir an deinen Besen. Der auch stand in der Küche. Hast du überhaupt schon mal erzählt, ob du mit dem Ding in der Luft wachst? Denn ich kann nicht zählen, oder was? Ich bin schon tausendmal. Ich bin schon tausendmal. Ich bin schon tausendmal. Ich bin schon tausendmal. Verlust, ich bin schon tausendmal. Ich bin schon tausendmal. Wir haben gesagt, mir kommt jetzt, wo man nichts ist. Ganz lustig, dass wir mein Lieber essen. Ich bin schon tausendmal. Und ich bin schon tausendmal. 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 Ciao, mein Amour. Meine Chefin, die Hexe. Ist heißer als meine Echtplatte. Ich hatte sie schon aufgefiegen zählen. Dann hab ich immer wieder ergriffen. Vogel der Nacht. Ich hab's kaum gesagt, da hat es auch schon geknallt. Bei uns aus der Kneipe kommen Gäste mit Gänse den Leben wieder heraus. Stichwort Gift, mehr darf ich nicht sagen? Ich als Chefkoch hab' ich schweiniglich. Das ist schrecklich, das verschweiniglich. Sonst wüsst du mir denn nie, dass das die Ex-Zer-Lau. Verdammt, ich hab' mich verblattet! Oh, ich hab' alles gehört! Was haben wir denn hier? Oh, weiße Polen wird man sehen. Ich komm' davon, kommst du dir wieder. Dann musst du auf Wiedersehen. Hänsel witterte sofort seine Chance, die Hexe für immer loszuwerden. Dann könnte er gemeinsam mit Gretel den Waldgasthof zum Hexenhaus übernehmen. Er musste nur noch bei der Polizei die Hexe verpfeifen. Polizeipräsidio, Sie wünschen? Ich wollte euch nur mal Ihnen sagen, was für die Ex-Zer-Lau. Geht es endlich. Um zu schlagen, was für die Wester-Lau. Und dann geht es endlich. Hier spricht die Polizei. Hexe, kommen Sie mit erhobenen Besen aus dem Kostraum. So setzen wir Luft-Abbair-Raketen ein. Oh, Luft-Abbair-Raketen! Ich würde nur auf Wiedersehen, können wir nicht verschwinden. Jetzt hat er dich gemeint und die Bühne hinterher. Und darf ich schnell nicht stehen, denn das glänzt her. Oh, oh, sie machte ja noch nie mein Sport. Und wenn sie die Mose fällt fort. Und was führe ich jetzt? Ganz gut, Kondition. Hab ich aber nicht. Atemlos durch die Nacht, bis den neuen Tag erwart. Irgendwann noch nicht wohnen, und wenn wir die volle Hexen wollen. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Die Hexe haupte ab von den Bullen, und den Koch schloss ich im Kühlhaus ein. Ja, bei dem es 30 Grad und dann neu, wird ihr noch ewig der Zeit. Die tiefe Köln, die Köln, und den Koch schloss ich im Kühlhaus ein. Ein Hof auf uns. Auf uns seien wir sind und reden. Auf uns gehen wir nun. Wir sind, der immer bleibt, wie immer ein Reichwein. Zwei überführenden Zeiten, die wir wechseln aus, unsere Gäste zu sein. Ich darf vorstellen, von links nach rechts, die Monika Gerber, als Köpfchen von mir, die Hannelore Leinda, Recht und Gesetz, Petra Hesselbauer, als Kollege, Andreas Matzke, der Hensel, Stefan Matzke und die Schiedsbeerzählerin verkaufte Heune, die erhalte, glaube ich zumindest, Diana Matzke. Ja, die Tina Georgi, die eigentliche Erzählerin ist leider krank und wir haben natürlich keine Sachen, die da drinsteckt, ne? Vielen, vielen Dank für euren Sketch. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.